Ja, hallo! Für die dieswöchige Fotoherausforderung hier in Ekbalam in der geheimen Höhle benötigt ihr einen x-beliebigen Honda oder Acura und müsst ihn einfach dort an den Steinlaternen fotografieren. Dazu geht ihr hier an diesen Punkt und hier ist so ein kleiner Weg, der ist auch auf der Karte, wie ihr seht, nicht eingezeichnet und der führt euch direkt zu der Höhle. Dort wie üblich einfach nur Steuerkreuz nach oben, dann RB oder A und ihr habt das Foto geschossen. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund, ich bin euer teuren137, bis zum nächsten Mal.